Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Runde Alien Swarm. Das Spiel kennen ja sicherlich alle, das ist nämlich kostenlos und kann man prima über Steam spielen, wenn man gerade mal nichts zu tun hat. Und der Difi, der schreibt auch schon, Hallihallo zusammen, melde dich doch einfach mal zu Wort. Difi schreibt in den Text-Chat, innovative Lösung, ich werde hier gefangen gehalten. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht mehr... Mir geht's sehr gut, das stimmt. Schon fast zwei Minuten. Ja. Alles klar. Wir sind mal wieder in ein munterer Samstags-Mitternachts-Stimmung. Mitternacht ist leicht übertrieben. Jetzt kommt Bundesliga rein im Fernsehen, das heißt, wenn das Bayern-Spiel kommt, dann bin ich aber hier mal weg. Ja, dann natürlich schlecht. Also mein Dortmund ist Meister, der Drops ist gelutscht, finde ich sehr gut. Ja, BVB. Und ja, jetzt habe ich erstmal ein paar Abonnenten verloren. Ja, Mann. Gut. Gut gewusst wie, ne? Ne, machen wir weiter jetzt einfach hier, ganz neutral hier. Ready. Okay. Difi, fängst du an? Ach, ich muss hier... Ach Gott, Hilfe. Ach Gott, Hilfe. Hilfe. Du bist der Champion. Ne, ich bin der... Ich bin der Tobias. Ja. Gut. Damit hätten wir das auch erledigt. Ja. Kann ich hier runterspringen, vielleicht, dann komme ich hier auch ganz schnell aus der Sache wieder raus. Kota, ist beendet. Okay. Ich verstecke mich hier, du findest mich nicht. Nicht verstecken, sonst schießt ihr den Rücken. Ach, da gab es auch noch eine Story. Aber die lassen wir jetzt mal lieber. Die lassen wir lieber. Ja. Ich habe da einfach beim Hacken einfach so in den Rücken geschossen, von der auf einmal tot war. Wenn wir mitten im Kommentar rüber. Ja. Das war es. Zunichte. Ja. Sehr gut. Ach ja. Ach, wer ist dein Tech? Du kannst... Wir sind ja beide. Du kannst ja mal... Wir sind ja Tech-Mongo. Ja, gut. Dankeschön. Hacken, hacken, hacken. Du bist ja gerade im Bildschirm. Oh, das ist... Ja, stimmt. Ich bin ja hier... Hä? Was machst du denn da? Bist du... Da bist du so Mongo an der Tour. Oh, 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 oh. Geh auf. So. Jetzt... Oh, das ist ja kompliziert hier. Ich war noch nie Tech, das ist das Problem. Warte, was muss ich hier machen? Ja, schneller reinig, dann schieße ich... Dann schieße ich dir den Rücken. Schneller, verdammt. Warte, wie dreht man die Teile denn hier? Bin ich zu doof? Ach, ach, das geht mit dem... Oh, man hat ja so einen Stick hier. Warte, da wie... Oh, guck mal. Du hast mit der Maus, verdammt. Ja, mit der Maus muss man das machen. Das ist ganz kompliziert. Jetzt habe ich hier... Ich unterbreche die Verbindung hier. Hans-Jürg-Butt hat das Tor wieder vernagelt. Da geht nix durch. Nee. Spiele jetzt nicht diese andere Tor bei Bayern. Die haben nur diesen jungen Typen da jetzt. Ja, Kraft. Nicht wie er heißt. Genau, Kraft. Ja, die Kraft. Die Kraft. Direkt proportional zum Weg. Nee, was... Ja, hier unser Physikleistungskurs-Genie. Oh, wenn das leckt und man das hier so umstellen muss, dann geht das gerne. Mein Gott, stell dich an, Reini, verdammt. Weil die jetzt komplett schwierig ist, oder? Oh mein Gott, im Kommentar bin ich da 10.000 Stunden. Nein, ich bin billig. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer, verdammt. Scheiße, es kommt Monster und ich mit 12 FPS hier. Zum Glück spielen wir hier nur auf Mitte. Okay. Wir spielen auf leicht, ne? Ach, das stimmt doch gar nicht. Wir spielen auf Hardcore. Boah. Stimmt, ja. Stimmt, ich hab's eingestellt. Genau. Oh, scheiße. Ich werd hier schon... Ich werd schon erst Monster hier richtig durchgenommen. Ach, verdammt. Das leckt total. Ja, das ist natürlich doof. Crap's macht mich fertig. Warte mal, warte mal. Wir... Wir können doch auf der Karte auch irgendwelche taktischen, ähm... Dann tu das. Mal aber deine physikalischen Formeln da. Hinten, 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 hinten. Fünste gut, dann erhält das Video noch bildungstechnischen Content. Ja, aber nicht um 11 Uhr nachts. Bayern-Spiel kommt. Ach, verdammt. Ja, Deifi, das ist jetzt scheißegal. Nein, ich guck jetzt hier links auch auf Bayern-Spiel. Ja, tu da... Du schießt mich hier gerade an. Ja. Da halten alle die Schilder Korn-Neuer hoch. Ja. Schauen wir mal. Der geht ja jetzt Manchester. Ja, ja, ähm... Die haben doch 27 Millionen geboten, oder? Echt? Hab ich irgendwie... Heute hat mir einer gesagt, ich weiß nicht, bestimmt keine Ahnung. Okay, ich muss jetzt hier gucken, Reinjo. Ja, Deifi, du musst jetzt hier die... Ey, ich jetzt abballern, so schaut's aus. Cut, wir machen jetzt hier einen Cut. Nee, nix mit Cut. Ja, sicher Cut. Nix mit Uncut hier, schießt mich an, du... Ich mach mal mir hier mal Cut. Ja, Spaß, nein, das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier einen Cut, verdammt. Nein, wir gehen jetzt hier durch, verdammt. Ich nutze das Spiel an, verdammt. Nix mit Spiel, wir sind doch gar nicht durch hier. Ja. Hinter mir, ach, verdammt. Personal Heal-Kid. Deifi, kommst du, schließt du zu Papa auf? Und Robben, Robben, Tor 1-0, wunderbar. Robben, Robben, ja. Ja, ist ja gut jetzt. Ist ja gut. Du musst jetzt hier erstmal hacken, lass dir Zeit. Ja, weh. Schließt mich nicht an. Lass dir Zeit. Lass jetzt. Kein Problem. Ja, okay. Ach, verdammt, du. Hau mich anzuschießen. Ist doch dumm, ey. Ja, du bist ja der Champion, verdammt. Ich mach mal das, ich halt auch schon wieder. Ich schlöre, ich schlöre. Hacken, hacken, hacken. Vorsicht, da sind Flicher draußen. Ja, ach. Komm, wir lassen einfach die das Teil kaputt machen. Das geht doch, das dauert noch länger. Ja, genau, das dauert wunderbar. Er hat hier, glaub ich, Bad Stuber das eigene Tor gemacht. Ja, ja. Oh. Ja, passiert. Ja, der hat auch schon mal bessere Tage gesehen, der Bad Stuber. Ich mag den, ich mag den. Ja. Ich bin den toll. Jungen, wilden, ja. Ja. Ja, gut, ja, dann kann er natürlich, ja, ja, mein Gott, was will er, ja, was will er machen? Mein Gott. Wo läuft das denn jetzt überhaupt? Läuft das nicht mal auf? Ah, nee, ZF. Ja, stimmt schon. Mit dem zweiten Sieg. Und dem Sportstudio, ja? Ja. Ah, ja, die senden immer das Samtagsspiel, das Samtagsspiel, da immer nach, ne? Ja, da gibt's mehr Content für die Leute. Mehr Content für die Leute, ja. So lebt. Content, Content, Content. Okay. Was ist jetzt da? Ich drück die ganze Zeit I, aber die scheiß, äh, hier, Tür, die will nicht, äh, kaputt gehen. Ja, ist natürlich doof. Muss ich das Badenspiel gucken? Ach, verdammt. Ja, ein bisschen drauf schießt. Jetzt schießen wir einfach drauf. Gleich haben wir keine Muni mehr. Das ist natürlich doof. Wen interessiert's? Ja, dann schießt eigentlich nur ich und du den. Ja, wenn ich das Badenspiel angucken. Ach so, du kannst aber jetzt mal die linke Maustaste zurückgreifen. So viel wird man ja wohl erwarten dürfen. Nee. Ja, gleich ist hier, äh, alles leer. Ach, wir können schon durch, Deifi, oder? Nee. Doch. Nee, wir müssen da durch. Ich dachte, er ist schon ein Loch drin. Ja, das ist ohne Effekt. Einfach durch. Ja. Da kommen wir jetzt. Jetzt, jetzt hab ich auch keine Monuments. Ist auch scheißegal. Jetzt wird hier mit einer Macht. Ja, ich glaub, wir werden sterben. Bumm. Ja. Kann das sein? Ich glaub, die ist durch. Ey. Ist mir wieder angeschossen. Nein. Da, die Dämonen nicht. Wir können in der Deathlettspiele oder sowas. Was? Wir werden gegen jeden. Nein. Wir werden gegen jeden. So. Ich stell mich jetzt hier in die Ecke und camp. So sieht's aus. Ja, zum Glück gibt's in dem Spiel keine Claymos. Ja. Wir werden ganz oben dabei. Oh, und jetzt grad, jetzt grad Ribéry. Ribéry. Mal schauen. Und, oh, Außennetz. Ach, verdammt. Weißt du nicht, wie oft du mich hier schon angeschossen hast? Ach, Deifi, jetzt hör doch auf. Ich kann das Spiel nicht. Ja. Na gut, wenn man das nicht kann, dann ist das natürlich doof. Ja. Aber du, ne? Ja. Wenn man unfähig ist zu hacken. Ja, wer hat's vorhin zwei Minuten gebraucht? Schreibt's in die Kommentare. Ja, ja, gut. Ja, du hast vorhin zwei Minuten gebraucht, die Tür zu hacken. Ach so, ja, stimmt. Ja, ist doch gelaufen. Ich muss jetzt hier das Bayern-Spiel gucken, ihr Zombies. Ach, verdammt. Das sind keine Zombies, das sind Spinnen. Ja, super. Ach, Deifi, du schießt mich hier total. Ach, verdammt, wieso bin ich hier schon tot? Ja, scheiße, verdammt. Tobias, kill den Action. Das ist natürlich tot. Ach, verdammt, das muss ich... Ja, ich muss Beispiele gucken. Ja, nee. Ja, das ist natürlich doof. Ja. Wieso war ich denn auch einmal tot? Oh Gott, oh Gott. Deifi, hacken, hacken. Jetzt gucken wir mal, wenn der Deifi hier zugehört macht. Ach, verdammt, verpiss dich. Verdammt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab's nicht gesehen. Auch, wenn du dich da nicht reinkesseln lässt. Das ist... Ja. Und jetzt ist die Bahn frei für den ultimativen Hacker, dem Deifi. Ja. Ich glaube, jetzt kommen wir noch mehr... Oh, jetzt wird gerade ein Tor geschaut. Nein. Und? Schau mal schnell. Schau mal schnell. Nein. Fall geklärt. Passt ja. Okay. Du musst schon vorher hacken. Ohne hacken geht nix. Ich glaube, wenn ich jetzt hier hingehe, dann kommen auf einmal ganz viele. Ja. Das ist natürlich... So. Du hast ja keinen mehr, der dich beschützt. Ja. Der ist ja da... Ach, verdammt, muss ich die jetzt in eine Reihe bringen? Mhm. Mit einem Binärsystem und alles ganz teuer. Das krieg ich hin. Kein Problem. Oh, scheiße, da kommen die Viecher. Ach, verdammt. Ich hab sie schon an der Seite gesehen. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Dafür, du schaffst das. Ich zähl auf dich. Ja, super. Wieso muss ich jetzt für dich Content produzieren, Reini? Ja, weil ich schon gestorben bin. Ich weiß nicht. Irgendwie ging es ganz schnell. Es hat klack, klack, klack gemacht auf dem Endschede und dann war ich down. Oh. Oh, Mann. Die sind alle ganz scharf auf dich. Ja. Ja, das kannst du mal sehen. Ja. Das ist natürlich doof. Mission Fade. Ja. Natürlich doof. Dann danke ich für die Einladung. Ja. Bitteschön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. War irgendwie klar, dass wir es nicht schaffen, oder? Das war schon von Anfang an abzusehen. Wollen wir nochmal? Warte mal, können wir jetzt so Taktik-Karten zeichnen hier? Wir machen es einfach mal. Was haben wir falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Wir sind diesen Weg hier gegangen. Ja. Bist du denn? Wir haben versucht, diesen Weg zu gehen. Genau. Wieso versuchen wir nicht einfach diesen Weg zu gehen? Genau. Durch den leeren Raum. Ja, hier ist so schwarz. Das ist vielleicht nichts. Vielleicht könnte man sich hier an diesen Pfeil hier orientieren. Stimmt eigentlich. Ja. Oder man geht einfach hier in die Zeichenebene hinein und hier wieder aus der Zeichenebene heraus. Warum nicht? Ja, so machen wir es, denke ich mal. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Idee.